Da. Obst du da ein Schwein? Hast du noch was Schwein gehabt? Jaaah! Ähm. Hops. Kann sich doch selber umbringen damit. Das hast du gerade probiert. Ja. Muss noch auf, äh... Schwein! ...viele Dynamitstangen machen. Was ist das? Ja. Du hast wieder den vierten Spieler geholt. Ja genau. Einmal dropouten. Okay. Jetzt bist du noch Neo. Wer bin ich jetzt? Ach, Blammenwerfer. Jaaaa! Lauft! Oh Gott. Können wir doch... Was? Was hat mich da umgebracht? Ach komm Schaul. Ja hier, lebst wieder. Bam. Ja, ja. Mein Lieblingshelft. Oh, oh, oh. Ja, ich bin mit runter gefallen. Ich nicht. Okay, jetzt bin ich tot. Oh, was bist du denn? Was bist du denn? Kein Name, ich hab jetzt den Namen nicht. Ich glaub vermachierte der Typ, oder? Ja, der hat auf jeden Fall Messer werfen. Jetzt ist er tot. Der Kamerad. Wenn die so Kameradenschwein ihn meint, dir geb ich auch keinen Cheeseburger mal aus. Wenn er bitte das Kameradenschwein dir einen Cheeseburger ausgeben könnte vom Geld her. So was der heißt. Wenn erst du nicht viel Geld hast und er schafft. Ich glaub ich kann nicht viel Geld. Ja gut. Ich hab schon viel Geld. Dimm. 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 Ah, ich bin gestorben. Jau. Safe. Ich bin zu sehr krass. Ich renne rein und kühle ihn dabei. Oh, jetzt hat der den. Jetzt hör auf, ey. Der stirbt nicht. Der kriegt keinen Schaden von dir. Komm, geh rein. Dimm. So, jetzt musst du auch wiederkommen. Ja, genau. Bin ich. Ah, shit. Ich glaub der ist tot. Der ist tot. Wow. Ich glaub eigentlich, dass du jetzt stirbst. Ich glaub eigentlich, dass du jetzt stirbst. Ja. Du kommst nur bei der Flagge wieder, wenn du noch ein Leben hast. Ja, gut. Hatten wir mal nicht. Aber der einzige, der momentan zwei Leben hatte, ist halt eben ein Zombie. Weil der dich, anstatt wieder zu beleben, vor noch schnell das Leben gekriegt und danach sofort gestorben ist. Dass er es sich geholt hatte. Ach, Bro Shady heißt der. Ja. Ja, also von Machete. Ja. Was ist da jetzt denn ein Special? Das. Hä? Was kann das? Der hätte ganz, ganz viele Macheten geworfen. Ach, da. Ich seh's grad nun. Fuck. Ach nein, wer bin ich denn? Terminator. Terminator. Ist doch voll geil. Oh. Ähm, what? Achso, das ist seine Special. Wahrscheinlich sind wir dann verwundbar in der Zeit. Ach komm, ich komm gar nicht mehr weg oder was? Was soll das denn? Ist ja unfair. Fuck. Tja, du bist halt unwichtig überhaupt. Ja, ich werd einfach nicht wiederbelebt, obwohl ich eigentlich lange... Ja, der Spiel denkt, du bist so scheiße. Du bist scheiße. Boah, das ist der schlimmste Charakter hier. Welchen hast du denn gerade? Warte mal. Der, achso. Ja. MacGalver. Ist echt der behindertste. Ach, lass ihn doch seinen Hühnschienen werfen. Oh, das ist erst alles auf mich drauf gefallen. Oh. Toil, jetzt hat BA so ne Fresse gezogen. Guck ihn dir unten rechts in der Ecke an. Mit welcher Fresse, er sterben müsste. Ja, zwei Leben. So, wir weisen inzwischen eigentlich die Taste für deinen Special. Ja, Y. Das heißt W-A-S-D-T-Y. Ja, wobei den Nahkampf fehlt ja noch, damit wir Slow Motion aktivieren können. Oh, ich hasse diesen Roboter. Hallo? Du trägst. Komm wieder bei dir, Slow Motion. Du kriegst sie hin. Mit dem Maul, der Fresse. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tsch. Nene, ne, ne. Nene, ne, ne. Wer ich auch noch von zwei geärgert. Wobei, wenn ich Päsch habe, ist wieder BAMP. Jetzt kommt der Vamp wieder. Ich glaub Vamp, ich glaub Vamp, ich glaub Vamp. Also eigentlich kommt das nächste Rob, aber... Ich glaub das Spiel Mob, äh, Rob. Leg erst mal rum. Ja. Bro Shady! Bro Shady, ja. Ja. Hallo? Tja. Komm, komm, komm mal mit, komm mal mit. Nee, 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 nee. Du bist langweilig. Warum? Zombie belebt mich doch wieder, also von daher. Ja, siehste. Setz auf, wie er alles kaputt zu machen. Warte mal. Was willst du machen? Oh. Slowmotion. Komm. Slowmotion, irgendwer dabei. Es reicht mir die Slowmotion. Wemp. Ich glaub wir brauchen noch eine Slowmotion einfach. Ach du weißt ja deinen Narcuffangriff nicht. Nein! Ich bin reingelaufen. Egal. 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 Das stimmt. Das Wemp. Das Wemp. Yeah, der Terminator. Jetzt geht's los. Oh, nee, nee, nee. Da geht's doch nicht los. Was ist das da oben? Oh, nee. Oh, so knapp, ich wär fast drauf gekommen. 3, 2, 1, GO! Was ist das denn da für ne Muni-Kiste? Hallo? Los fliege! Ja! Oh! Oh! Da sind wir recht froh gelandet! WTF? Der ist cool! WTF? Äh... Äh... Ach ich steh direkt vor vorne! Ha! Jetzt kriegt er mal hier die Power von einem Mech! Hä? Der lebt immer noch? Warte, dann kriegt er nochmal die Power von einem Mech! Wisse? Shit, da oben! Ist er tot? Alter wie oft! Der reiht sich! Wer ist da, wenn wir ihn runterfallen lassen? Keine Ahnung! Das ist irgendwie ne Lücke machen im Boden oder so! Oh Gott! Und tschüss! Ich brauche ne anderen! Oh, der ist gut! Was? Der muss glaube ich echt runterfallen, okay! Bin ich! Ach da! Ich komm grad nicht ordentlich hoch, ne? Ich muss runterfallen! Woher bist du jetzt? Geh ich vorne aus? Nein! Okay, jetzt ist da ein Loch auf jeden Fall gerade! Ja! Ja! Aber da jetzt ein riesiges Loch! Ja! Ja! Jetzt muss er denn da runterfallen! Ja! Ist ein Loch! Ich spring dir jetzt zum Helm her! Ich spring dir zum Helm her! Ich spring dir zum Helm her! Ich spring dir zum Helm her! Ich könnte Hilfe gebrauchen! Wenn! Ich hätte die! Komm! Der ist fast unten Nein! Warum hast du Slow-Mo gesehen? Frech das Schöken! Jetzt ist man alleine runtergeflogen, ey Scheiße Spring hinterher, rechts, du kannst aus dem Bild retten Boah, vermin Okay Oh, mehrere Gegente So, was sind wir jetzt in Maroon? This country really, really hates Liberty Probably show them why they are wrong Jetzt hab ich ja rum geschwastelt Komm jetzt, steuer, was machst du da? Ich mach nix, ich schwing dich da Wem ist der Eski, der immer so aufschwastel lässt Ich kann das Ding nicht steuern, wenn das landen will Ja Ha, Indiana Ne, doch nicht Das stimmt Zombie ist grad Indiana Jones Jo Okay Wiesel Wasser grad drinnen Oh, tschüss Oh nein, da noch Inschade aber doch Ich seh mich nicht Ich auch nicht Scheiße Unten könnte mich wiederbeleben Alle tot, ey Oh Gott Da unten ist noch einen Du wiederbeleben kannst Ja, zwei Hier links und einfach rechts Oh, ich bin Bronin Bronin the Brobarian Bronin the Brobarian Da sind zweimal Spieler zwei Nummer so, ne? Hä? Ne, doch nicht Was mach ich da? Achso, so ne, so ne Jaaa Oh oh Chill Oh Und was ist mein Special Attack? Irgendwie ist der bisher noch nicht so geil Ah, okay, hm Doch, der ist sch- Kann schon was Äh, wegste dich wieder Wie lange bist du? Bist du nach oben? Jetzt bist du gestorben, Zombie Ja, super Ja, gucken, ich hab dein Handy Ich hab gesagt kommst du Dann ist neben dem was explodiert Oh Gott Solo geschafft Yeah, nach zum Special Terminator Ja, man Terminator ist halt der geilste